Hey, was ist dann jetzt los? Der König hat sich beschwert, unser Auto quietscht. Hast du ein Antiquietschmittel? Das hab ich. Von der Quietscherei muss ich aber erst mal eine Hörprobe haben, gell? Na, wie jetzt, ey? Das Geräusch, können Sie sich das mal imitieren? Mit was dann sonst? Natürlich, machen Sie mal. Jedenfalls so ungefähr. Uiuiui, das klingt nach dem Ami. Kif, 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 kif. Blood failure,mente Gift. Kif, 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 kif. A� interessant Smart are we so much right? Quick! Uiuiui... Ö kazagizu keachterung! Babys, wie wir jetzt sagen, 127. Ei, was ist dann jetzt los? Der König hat sich beschwert, unser Auto quietscht. Hast du ein Antiquitschmittel? Das habe ich. Von der Quietscherei muss ich aber erstmal eine Hörprobe haben, gell? Ja, wie jetzt? Ei, das Geräusch, können Sie sich das mal imitieren? Bitte mal. Damit was dann sonst, natürlich, machen Sie mal. Ich bin so, 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 ich bin so. Sommerverne, du der smug, der ist so loud. Das ist doch, meinstig. Sommerverne, du das nur, dass es so loud ist? Ja, meinstig. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Eure Majestät, darf ich anmerken, denn Vollgas, denn richtig. Wir haben doch noch unsere Nitro-Injektion. Au ja, ich geb den Befehl schon anblasen. Ja, ich geb den Befehl schon anblasen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. iser Wolfgang. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.